Ein ganzes ehemaliges Straßenbahndepot, voll mit Fahrzeugen aus vergangenen Zeiten. Lebendig wird hier die Geschichte des Stadtverkehrs. Die ersten pferdegezogenen Straßenbahnen kamen im 18. Jahrhundert auf. Erst zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Trams elektrisch betrieben. Und mittendrin ist Norbert Gillis aus Eupen. Ja, Herr Gillis, und diese Bahn ist was ganz Besonderes hier. Also diese Straßenbahn kommt nicht aus Lüttich, sondern aus Verwi. Unsere Nachbarstadt von Eupen und hat dort bis Ende der 60er Jahre gefahren. Wir wollen natürlich mehr wissen. Vor allem, wie funktionierte das damals mit dem Straßenbahnfahren? Hier stand der Straßenbahnfahrer und der Stand ist eine Straßenbahn, wo noch keine Sitz... Der Fahrer hat noch keinen Sitzplatz. Der Fahrer stand ganz früher. Bei den ersten Straßenbahnen standen die Fahrer offenes Fenster. Das sehen Sie an den anderen Straßenbahnen. Die Nummer 1 zum Beispiel, da steht man am offenen Fenster. Nachher sind diese Kabäuschen, wie man bei uns sagt, gebaut worden. Fahrerkabinen. Aber der Fahrer stand noch immer. Der sitzende Fahrer ist eigentlich erst mit den 50er, 60er Jahren gekommen. Diese Straßenbahn hier ist immer noch im Originalzustand. Der Fahrer stand, also hier, das ist die Fahrerkurbel. Die hatten dort eine Art Türklinke, würde ich sagen, ganz einfach, die man hier draufsteckte. Und dann Türen schloss. Und dann konnte man hier über Strom die Induktion geben, damit der Straßenbahnfahrer, damit die Straßenbahn dann eben fahren konnte. Und auch Eupen hatte einmal eine Straßenbahn. Von 1910 bis 1953 rollte die Tram durch die Weserstadt. Zu sehen sind die Eupener Waggons leider nicht im Museum. Dafür aber ein historischer Bus. Dieses Fahrzeug, datiert von 1952 und 1953, ist dann auf dem Stadtnetz in der Region Namur gefahren. Hat seine Karriere beendet in Floren, Floren, in der südlichen Provinz Namur. Wurde dort umgebaut als Arbeitswagen, ein Arbeitswagen, also ein Bus ohne Sitze, der frei ist, damit die Mechaniker fahren können, rausfahren können. Und den Bus in Pannefeld oder auf offener Strecke in Pannefeld, den man dann reparieren muss. Das war ein Werkstattwagen, würde man sagen. Und dann hat man in 1985, 86 diesen Bus wieder zurückgebaut in Original, wie er 1952 war. Und der hat also in Eupen seinen letzten Dienst, das Arbeitswagen in Eupen, man nannte ihn Zebra. Der hatte eine Zeichnung, der war angemalt wie ein Zebra. Der nannte ihn mir in Eupen Zebra. Und das ist wirklich mein Bus, den ich gerne habe. Zweimal im Monat ist Norbert aus Eupen im Transportmuseum zur Stelle. Ehrenamtlich versteht sich, deutschsprachige Besucher bekommen einiges geboten. Highlight der Ausstellung ist das 1 zu 1 Modell der künftigen Tram, die durch Lüttich fahren wird. Eine spanische Konstruktion. Damit knüpft Lüttich an die eigene Geschichte an. Denn 1893 rollte in Lüttich die erste elektrisch betriebene Straßenbahn Belgiens. Damit gehörte Lüttich zu den Pionieren des modernen Stadtverkehrs. 1964 war es dann aber wieder vorbei mit der Tram. An diesem Moment, wir waren wirklich in eine ganze Zeit, die Fahrzeuge und die Fahrzeuge sind. Wir denken, dass die Fahrzeuge in der Zukunft die Fahrzeuge sind, die Fahrzeuge und die Fahrzeuge sind. Warum? Sehr einfach. Die Fahrzeuge sind viel leichter in den Service, weil es keine Räume oder elektrisch elektrisch installiert werden muss. Und dann muss man wissen, dass wir vor der 1. Krise pätroliere, 1973, die pätroliere 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 pätroliere. Und so hat das eine Influenz. Wenn alles gut geht, wird 2024 ein neues Kapitel Straßenbahngeschichte in Lüttich aufgeschlagen. Nach 57 Jahren ohne Tram. Und dann muss man das aufgeschlagen. 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 Und dann muss man das aufgeschlagen.